Hey Leute, heute sind wir mal wieder im BO2, heute machen wir mal wieder Monomone gegen einen Modder. Aber ich hoffe mal er moddelt nicht. Der Typ, der seit 4 Tagen nicht mehr online ist. Das ist mein anderer Account, der ist ja gewohnt. Hä? Hä? Ich hab vorhin geschaut. Beide sind aber gleich beschrieben. Ja nur mit I und L oder? Der ist hier mit LI. Ja. Ich mach bald einen mit LL. Haben wir schon gedacht, hä seit 4 Tagen? Weil ein anderer Mod hat ja vorhin gesagt, das geht per PS nennen ja irgendwie. Aber wir haben noch nie gehört. Aber der zweite hier vorne. Hm. 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 Und Leute, kennt ihr noch diesen Pfade? Das ist mal der, der, der Trawling Opfer. Von meinem erfolgreichsten Video. Von dem Video, ne? Wo ich ne Piepselstumme gemacht hat. Das wo jetzt glaube ich so 20.000 oder so Aufrufe hat, ne? Was? Der steht da oben erstmal. Ja auf jeden Fall hat er mich mal geeditet, ne? Ich dachte so als das wäre ein Fake von ihm. Aber das ist ja wirklich. Ich erkenne die Stimme. Er ist doch mit Fame geworden. Jeder kennt ihn. Jeder liegt ihm. Jeder fickt ihn. Aber die wissen nicht wo ich wohne. Doch. In Deutschland. Aber wie ist das denn? Herr Deutschland ist es die Information über alles. Wirklich. Man weiß alles über Deutschland. Wo jeder wohnt. Ist alles in einem Datenprotokoll drin. Was ist das mit dem? Erklär mir doch. Nein, nein. Weil sonst wissen es doch alle. Nach der Video sagt es jetzt. Ja, ja. Aber. Ich. Ich nehm doch ihn auf. Also das kann. Nein, das geht leider nicht. Dass ich da jetzt sag. Ja. Es ist an der Cover. Oder willst du das einfach zuschauen zu dir gehen? Hä? Hey, hey. E.K. Downgrades. Weißt du wo er wohnt? Oder nicht. Ich habe ihn gestürmt. Sag ja. E.K. Weißt du wo er wohnt? Nein. Ja oder nein? Sag ich mal ja. So. Er hat ja gesagt. Ist dann nur Video in live oder was gerade? Ja, ja. Live Video. Ja. Bei mir ist das nicht. Ja doch. Live ist live. Nein, 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 nein. Nein, da war doch schon so raus. Oh mein Gott. Sei live. Hätte ich da getroffen. Das wäre schön gewesen. Aber ich habe keine Glück. Hallo. Kommen. Okay. So. Ich bin jetzt der Am-Bot an. Ich bin jetzt der Am-Bot an. Ich bin jetzt der Am-Bot an. mir reicht jetzt rotzig ich bin doch extra von weg nicht töten die spieler wollen das nicht er möchte das schmerz und ich hab's kommt nicht nicht misshandelt und dann dann will you die Ja, nein. Ich sage, wenn ich manchmal länger im Scope bin, Leute, aber ja, ich bin krank, deswegen, okay. Ich bin der Ausrede für alles. Sonst kommst du jeden Tag online. Morgen früh um 8 Uhr. Ja, wie Uhr. Habe ich auch gerade gesagt? Morgen früh um 8 Uhr und wieviel Uhr? Um 15, 16, 18, 19 Uhr. Um 5 Uhr. Um 35 Uhr, Dicker. Um 35 Uhr, Fade. Um 35 Uhr, kapiert? Ja, okay. Ja, okay. Drei mal. Oh, du führst uns jetzt mal auf in deinem Trick. Ach, ich hab den Ellbott. 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 Du hast du Instagram? Ja, hab ich. Du hast dir mal eine E-Mail schicken. Eine E-Mail. Eine E-Mail. Eine E-Mail über Instagram. Mhm. Hey, YouTube. Leute, könnt ihr das auch? Eine E-Mail über Instagram schicken. Und sowas hab ich auch noch nie gehört. Eine E-Mail über Instagram schicken. Kein Chat, also keine Nachricht. Sondern eine E-Mail. Hehehe. Schlamina. Oh Gott. Mann, ich wollte nur auf deinen Fuß. Schlamina. Scheiße. Ne. Ja, ja, ja. Habt ihr sie geschickt? Ist das gekommen? Fadel.Kurdi. Wissen Kurdi? Ja, ich bin Kurdi. Aus welchem Land ist denn das Korea? Ich bin am meisten kurdisch aus. Kurdisch. Kurdi. 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 Guck mal, der Heck. Der Heck. Was für ein Heck? Ah, ja, ja, ja. Jetzt hast du was angewört zum letzten. Guck mal, der Heck. Das wird nicht ganz schön. Ja, ich... Wie kann man sowas machen? Wie kannst du denn sowas machen? Ja, ja. Ach. Ach. Ich hab' ich vorhin ein Schild offen lassen. Schlamina. Ja. Ich hab' ich... Schlamina. Ich hab' ihn gut gezogen. Ich hab' ihn gut gezogen. Ja, aber ich hoffe, ich hat es gefallen, so ist es eigentlich cool, wenn man mal spielen kann. Ich hoffe, der hat auch noch mal gespielt ohne irgendwie Wallhap oder so. Oder Redbox. Okay, also dann. Tschö.